Die dummen Geschichten vor zehn Jahren, wie das immer so passend drauf passt, obwohl es gar nichts damit zu tun hat. Private TV, die sind ja auch im Überwachung, das passt aber auch zu Scherade und so weiter. Ja, irgendwas steckt ja halt immer dahinter. Und wie gesagt, Hollywood, die alten Filme, die mag ich. Und es hat nur mal eine Schauspielerin auch gleich gesagt, ach der Thompson, wir haben das.